Heilen. Beruf oder Berufung? Ich denke Berufung. Und man muss das auch als solche sehen, wie eben halt ein Handwerker, der seinen Beruf liebt, auch seiner Berufung nachgeht. Ein Beruf ist etwas anderes. Also wenn ich sage, das ist mein Beruf, dann bin ich nicht berufen. Also es ist eine Berufung und ich weiß nicht, warum ausgerechnet ich ins kalte Wasser geschmissen wurde. Habe ich ja in den Anfängen geschildert. Aber es ist eine Sache, die man ernst nehmen muss. Und vor allen Dingen eine Berufung. Ich weiß nicht, wie lange ich sie ausüben darf. Oder sogar muss. Ich stelle mir mal vor, dass ich keiner bin, der mit 65 in Rente gehen kann. Denn dann, unsere lieben Papageien, ist das nicht herrlich? Und dass ich also mit 65 in Rente gehen kann. Der Herrgott hat mir nicht dafür diese Fähigkeiten gegeben. Ich denke mal, wenn er mich 80 Jahre alt werden lassen möchte und ich die Fähigkeiten noch habe, dann darf ich auch keinen nach Hause schicken. Ich denke mal, da darf ich das nicht zusammenstehen. Nee, also, ich mache die Fähigkeiten. Ich glaube, wir machen die Fähigkeiten. Untertitelung des ZDF, 2020